Das war auch ein Wunsch, noch mal was, ne? Mach ruhig's Handentspannung, 30 Mark. Mit Emotionen kostet extra. Ich spreche in DC League of Super Pets, den Batman. Echt? Du, auch Batman? Was ist denn Batman-Inflation die letzte Zeit? Was ist denn hier los? Naja, man muss nur jahrelang zuhören, wie Peter Flechner das macht, und dann kann man's danach immer noch nicht. Aber ich hab's trotzdem gemacht, ich freue mich. Okay, Leute.